hallo heute möchte ich euch keine eier zeigen die ich bemale sondern keilrahmen auf den ich gemalt habe und hier zeige ich euch einen hahn habe ich mir eine vorlage gesucht und habe mit acrylfarben auf dem keilrahmen gemalt 40 x 40 ist die größe und immer zusätzlich lasst eurer fantasie freien lauf nicht nur nach vorlage und dann wird euch das bild auch gefallen da habe ich diesen hahn und als zweites handelt dieses etwas kleinere ich glaube 30 x 30 ist die größe das ist ein anfänger bild und aber trotzdem gefällt mir gut und gerade zu ostern wenn man das irgendwo mit hin dekoriert sieht das super aus viel spaß beim nacharbeiten